Lass mich also meinen Toast ausbringen auf Werner und Ulla und diese Ehe, der 23 Jahre nichts anhaben konnten. Ein Mädchen von 23? Genauso alt wie unsere Ehe. Mein Mann hat eine Freundin. Wir sind seit 23 Jahren verheiratet. Vielleicht reicht das? Ja und, und wovon willst du überhaupt leben? Ich kann auch arbeiten. Ich bin Diplomkaufmann. Ach, warst du mal vor 20 Jahren? Das dauert bestimmt nicht lang. Was soll die denn mit so einem Greis? Greis? Ja, wo er auf dem linken Ohr kaum noch was hört. Jenny, komm. Reden Sie was für uns? Alles so abschütteln? Nicht immer. Aber irgendwie, irgendwie kriege ich das schon hin. Ich arbeite ziemlich viel, Kind, und nicht nur hin und wieder. Frag mich, wenn ich mal zu Hause bin, mit dir. Trautes Heimglück allein. Vielleicht solltest du mich wieder umtauschen. Jetzt hast du deinen Hannes. Das ist alles zum Kotzen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Das ist alles zum Kotzen. Untertitelung des ZDF, 2020